Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen in den Typology Adventskalender reinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 189,90 Euro und ist deutlich kleiner, als ich gedacht hätte. Aber wahrscheinlich haben die jetzt nicht voluminöses Verpackungsmaterial genommen. Ich bin einfach gespannt, was hier drin ist. Nicht nur ich stelle ihn vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Schicki Displays. Schaut gerne für eine zweite Meinung bei ihr vorbei. Und man kann auf diesen Adventskalender jetzt so nicht sparen, weil Typology bietet keine Rabatte an. Aber ich setze euch mal einen Link in die Infobox, denn ich glaube, aktuell hat Melly so eine Art Goodie-Geschichte. Das heißt, wenn ihr über den Link in der Infobox geht, bekommt ihr irgendwas für Umme mit dazu, was ich ganz nice finde. Und ja, der soll einen Warenwert haben von 406 Euro. Ich habe schon allerhand an dekorativer Kosmetik von Typology bei mir, weil ich schon öfters mit denen zusammengearbeitet habe. Das habe ich auch mal davor hingestellt, dass wenn hier irgendwas drin ist, was ich schon habe, dass ich euch das dann natürlich mit meinen Produkten zeigen kann. Und ja, ich bin einfach gespannt. Der ist sehr, sehr schlicht, sehr zurückhaltend und erinnert auch von diesem Teil hierher so ein bisschen an den Jung-Glück-Adventskalender. Finde ich ganz interessant. Und von innen ist er, glaube ich, super, super, super schlicht. Also das ist jetzt kein Schmucke-Schätzelein. Aber Typology ist ja auch eher nicht so dafür bekannt, mit viel Schischi zu arbeiten. Ganz im Gegenteil. Die haben die längste Inhaltsstoff-Blacklist auf dem Markt oder eine der längsten Inhaltsstoff-Blacklists auf dem Markt und so weiter. Also das ist alles aus Frankreich. Es ist super, super hochwertig und so. Und deswegen stelle ich die Produkte dann einfach hier hinten drauf, dass ihr die sehen könnt. Es gab auch noch eine kleine Information dazu, eben zu dem Kunstwerk. Das muss wohl irgendwie von Erwan oder Irwin Borolek sein. Den Menschen kenne ich nicht. Der hat ja auch noch allerhand was zugeschrieben. Dann gab es für mich noch irgendwie als Goodie zwei Taschen mit dazu. Ich glaube, das war einfach, weil man einen bestimmten Bestellwert erreicht hat. Finde ich persönlich immer super. Das ist so ein YouTube-Beutel, der sogar hier oben Reißverschluss hat. Verwende ich immer sehr gerne. Genauso auch diese Tasche. Und das ist eine wunderschöne Reise-Kosmetik-Tasche, wenn man möchte. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ja, ich glaube wirklich, dass die Boxen hier genau der Größe des Produktes entsprechen. Am 1. Dezember haben wir hier drin ein Serum mit neun Inhaltsstoffen. Das ist das D31 von Typology in 15 Millilitern. Das ist einmal dieses hier. Ich finde es hier tatsächlich ein bisschen schade, dass hier nicht unbedingt draufsteht, welche neun Inhaltsstoffe hier drin sind. Das heißt übrigens 9 Ingredients, weil hier nun nur neun Inhaltsstoffe drin sind. Und zwar ist das vor allem das Beta-Glucan, dann pflanzliches Glycerin, gereinigtes Wasser und dann noch so ein bisschen dies, das Ananas. Und das soll entsprechend die Haut reparieren und beruhigen. Und ich habe mir den Adventskalender eigentlich auch bestellt, um so ein bisschen mehr das Sortiment auszuprobieren. Da lohnt sich eigentlich so ein Adventskalender. Der 2. Dezember ist jetzt hier. Es ist wirklich sehr gut passend ausgefüllt. Hier haben wir die D41 drin. Oh, der 9 Ingredients Face Moisturizer ist das. Oh, mit 15 Millilitern. Auch den kannst du morgens und abends anwenden. Weiß ich nicht, Uppsala, haben die da extra kleinere Größen für den Adventskalender gemacht. Das scheint mir doch wirklich eine schöne kleine Reisegröße zu sein. Bei dem Preis ist das mal ne Ansage. Ach, den hatte ich glaube ich sogar schon mal in groß, wenn ich mich richtig erinnere. Und der ist vor allem auf Hyaluron-Basis. Also so ein richtig schöner Allrounder. Ach, theoretisch kann man den aber auch richtig toll hinstellen, weil jede einzelne Box hat nochmal ihre eigene Einfassung. Das heißt, da fällt hier nichts runter oder so. Das finde ich klasse. So, selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ah, hier haben wir was drin, was hier schon auch bei mir auf dem Tisch steht. Und zwar ist das die T43. Das ist das transparente Lippenöl. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Das pflegt die Lippen wundervoll. Und ja, da habe ich hier meins. Dann kann ich euch das mal zeigen. Das habe ich auch schon allerhand verwendet. Ist ja soweit geruchsneutral. Hat einen sehr kleinen Applikator. Also wenn ich mir das auftrage, gehe ich da echt 2-3 Mal rein. Und ihr seht es auch hier. Das ist einfach so aus Öl. Klar, ist ja auch ein Lippenöl. Aber es pflegt wundervoll die Lippen. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Also große Empfehlung. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir was für die Augen mit dabei. Das finde ich richtig toll. Mit Kurzzehen und Barbarieöl. Interessant. Gegen feine Linien und Fältchen. Hier haben wir auch tatsächlich 15 Milliliter drin. Das finde ich richtig cool. Das dürfte ja auch eine Originalgröße sein. Und das wollte ich auch immer schon mal ausprobieren. Finde ich super interessant. Da haben wir im Prinzip dann ja das Coenzym Q10 drin. Was ja quasi mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert. Um die, ja, Q10 oder um den Zellstoffwechsel anzuregen. Damit die Kollagenbildung und so weiter angeregt wird. Mega. Und wenn ich mir das hier hinten jetzt angucke, ist das jetzt auch nicht so viel schöner, als wenn ich den Adventskalender hingestellt habe. Weil das halt super cleane Verpackungen sind, finde ich jetzt aber egal. Der 5. Dezember. Einen Tag vor Nikolaus. Oh, das ist auch interessant. Das sind 15 Milliliter von dem L165. Das ist das Soin Cible Imperfection. Das Targeting Blemish Treatment mit Bakuchiol und Arbre de A.T. Irgendein Tee-Extrakt. Auch ganz interessant. Ja, das kannst du dann wahrscheinlich auch punktuell anwenden. Oder halt wirklich auf deinen entsprechenden Linien. Und Fältchen in die Sicht. Weil Bakuchiol ist ja irgendwie die pflanzliche Alternative zu Retinol oder so, ne. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Vielleicht auch als Serum. Da muss ich einfach mal gucken, wie auch die Konsistenz so ist. Das finde ich spannend. Ich weiß nicht, inwiefern in Frankreich Nikolaus gefeiert wird. Hier habe ich auf jeden Fall den 6. Dezember. Ach, witzig. Die Lippenölfarbe habe ich noch gar nicht. Das ist Coral Orange. Mensch, wie interessant. Mit Vitamin E und Squalane. Und Squalane sind ja auch fette Lipide, wie auch immer, ne. Die sich... Ich glaube auch Squalane hat irgendwie so eine Art von pflanzliche Kollagen-Alternative. Legt sich wie eine Schutzschicht halt drauf, damit nichts verdunsten kann. Auch das kann ich euch gerne mal swatchen, dass wir uns die Farbe mal angucken. Die sind eigentlich von der Farbe her relativ zurückhaltend, ne. Also du siehst da nicht so mega krass viel auf den Lippen. Aber es ist halt schon mehr, als wenn du nur diese transparente Geschichte hättest. Finde ich super schön. Der 7. Dezember. Auch hier haben wir ein Serum drin. Und zwar ist das ein Keratin-Vigital-Hyaluronin... Was? Hand-and-Nail-Serum L93. Wie cool. Das finde ich richtig nice. Und das kannst du morgens und abends verwenden. Ach, sowas brauche ich halt auch einfach, ne. Ich glaube, da haben wir dann auch die... Ja, 15 Milliliter drin. Und das wird dann mit Keratin, finde ich auch interessant. Und Hyaluronsäure entsprechend deine Hände und deine Nagelhaut auch richtig schön pflegen. Das finde ich klasse. Klar, die haben ja auch Körperpflegeprodukte. Da bin ich auch mal gespannt, was wir hier alles drin finden dürfen. Auf jeden Fall darf die Nummer 8 jetzt machen, dass es kracht. Das ist aufregend. Das ist, glaube ich, ein Toner. Ein Hydrolat aus organischen Orangenblüten. P23 ist die Produktbezeichnung. Und hier sind 50 Milliliter drin. Ich schreie ja immer tatsächlich danach, dass ich gerne Toner in Adventskalendern haben möchte. Hier haben wir jetzt eine Plastikverpackung. Und das ist ein Toner. Das finde ich super. Träckst du dir nach deiner Gesichtsreinigung auf das Gesicht auf, einfach um so ein bisschen auch nochmal die Haut zu chillen und auf die darauf folgende Pflege vorzubereiten. Interessant und eine schöne Reisegröße. Ob ich erwartet hätte, dass wir so viele Reisegrößen in diesem Adventskalender für ungefähr 190 Euro haben? Eher weniger, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns auch über, ich glaube, ein Lippenöl oder ein Serum wieder befreuen. Oder über ein Hydrating Serum. Sehr nice. Das ist mit Provitamin B5 2% und Hyaluronsäure 3%. 8 Milliliter sind hier drin. Das ist nochmal eine etwas kleinere Größe. Ach, du bist ja ein süßes kleines Schätzlein. Die A31 und das ist hier unten aus Glas, ne? Ist schon abgefahren. Und theoretisch müsste ich jetzt auch sagen, hm, wir haben jetzt drei Sehren hier drin, reicht jetzt auch. Andererseits denke ich mir, ich hätte schon Bock drauf, auch das komplette Sortiment zu testen. Mal gucken, was hier noch alles drin ist und wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Das ist ein nährendes Serum mit Squalane aus 100% Olive, die L34. Das müsste ich auch tatsächlich sogar noch haben. Die Nummer 15 ist das. Und ich meine, dass ich mir das sogar extra zur Seite gepackt habe, weil das super reichhaltig ist. Also das ist halt wirklich wie so ein Öl, ne? Weil 100% Squalane oder Squalane ist hier drin aus 100% Olive. Das ist halt wirklich derbe Gesichtsöl. Wirklich perfekt geeignet für die kalte Jahreszeit, aber im Sommer war mir das ein bisschen viel. Und ja, es ist Serum hinter Serum, ne? Die erste Schnapszahl. Die Nummer 11 enthält auch wieder so einen schweren Glasflakon, sage ich jetzt mal dazu. Hier haben wir Azelainsäure mit 10% drin und Bambusextrakt. Sehr, sehr interessant. 15ml sind hier drin. Vor allem für zu rosacea neigende Haut soll das super sein. Das soll aber auch super sein, wenn du unreine Haut hast. Einfach, um die Haut so ein Stück weit zu entschlacken. Das ist wie so eine Art Reset-Knopf. Also, dass du quasi das verwendest. Vier Wochen lang solltest du dir kein krasses Event oder so vornehmen, wo du eine perfekte Haut brauchst. Weil das gibt dann so eine Ausreinigung von dem Gesicht, ne? Und danach soll alles super sein. Ich habe mich bislang noch nicht an Azelainsäure herangetraut, bin ich ehrlich. Mal gucken. Zwölf. Halbzeit. Die L32 befindet sich hier. Das ist ein Vitamin C Serum mit 11%. Sehr schön. Ein Radiant Serum. Hier haben wir auch wieder 8ml drin. Und ja, es ist echt so eine kleine Serumparade, die sich hier mittlerweile ergibt, wa? Also, das ist schon krass. Was ich aber wundervoll finde, ist, dass wir hier auch echt diesen Glastiegel haben. Und du hast auch bei allen Typology-Geschichten hier ja dieses Braunglas, was auch super für die Wirkstoffe ist. Weil Vitamin C ist ja super lichtempfindlich, ne? Wenn da irgendwie Licht dran kommt, dann kann das auch mal ein bisschen schwierig werden. Krass, ne? Der 13. Dezember. Wird eröffnet mit einem Serum, ne? Und zwar haben wir hier das Polyglutamid Serum. Und das ist auch noch ein Algen-Extrakt oder ein Rot-Algen-Extrakt mit dabei. Das soll die Haut aufplampen. Das ist die A32 und da sind 15ml drin. Hm, hätte man dann sagen können, das hier ist kein Typology-Adventskalender oder kein Typology-Skincare-Adventskalender. Sondern ein Typology-Serum-Adventskalender. Wobei man natürlich dann mit diesem Adventskalender seinen kompletten Serum-Vorrat für das komplette Jahr 2025 hätte, ne? Die Nummer 14. L41. Das ist eine Gesichtscreme. Man muss sich nur beschweren. Mit Zink, 4% und das finde ich toll. Und Bambus-Extrakt. Ein Purifying Face Moisturizer. Zink ist wirklich ein großartiger Inhaltsstoff. Da sind 15ml drin enthalten. Und Zink sieht man auch sehr, sehr häufig in diesen ganzen Geschichten, die sich an unreine Haut richten. Weil das auch sehr regenerativ wirken kann, dass die Haut repariert wird, ne? Finde ich nice. Und ich glaube auch, dass das eine sehr schöne Gesichtscreme eben für die Zeit werden könnte, wo ich meine Tage habe oder wo ich meinen Eisprung habe. Weil dann bekomme ich hier so in der Kindpartie immer so ein bisschen hormonell bedingte Unreinheiten. Und da könnte das ganz gut funktionieren. Der 15. Dezember. Hier haben wir die L33 mit 8ml drin. Und zwar haben wir hier wieder ein Serum mit Koffein 5% und Niacinamiden 5%. Das ist aber ein Augenserum, Leute. Für dunkle Schatten und für die Tränensäcke oder eben dagegen. Und ja, so schaut es einmal aus. Sowas verwende ich super gerne unter Augencreme. Habe ich jetzt aktuell auch in Anwendung von The Ordinary. Das war, glaube ich, in diesem Adventskalender. Und ja, das finde ich schön. Also kann man auf jeden Fall immer sehr gut gebrauchen. Also ich auf jeden Fall verwende ich morgens und abends. Müsste ich dann nur ein bisschen aufpassen mit den Niacinamiden, die hier auch mit drin sind. Wenn ich dann Vitamin C-Serum damit in Kombi verwende. Oder halt auch noch ein Niacinamid-Serum, weil ich eine sehr sensible Haut habe. Aber das finde ich spannend. Machen wir weiter am 16. Dezember, der sich schon von alleine hier öffnen möchte. Weil tatsächlich die Umverpackung gerade so passt für das Produkt, was hier drin ist. Das ist eine reinigende Maske, die P72 heißt. Mit Aktivkohle und Orti Bio. Ich weiß nicht, was Orti ist. Und hier sind wahrscheinlich auch wieder 15 Milliliter drin. Das sind ja diese klassischen silbernen Tübchen, die wir jetzt eben auch schon gesehen haben. Die übrigens auch für den Concealer verwendet werden, den ich großartig finde. Und ich glaube aber nicht, dass wir Concealer drin haben. Trotzdem habe ich das repräsentativ hier hingepackt. Nee, das ist tatsächlich in dieser Verpackung. Das ist nicht Silber. Das ist halt einfach dieses Beige. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Und das hätten die echt besser durchmixen können. So Serum, kein Serum. Serum, kein Serum. Das kommt, glaube ich, dann einfach auch ein bisschen besser. Hier haben wir auch wieder ein Serum. Aber, das ist interessant, das Lash & Brow Serum mit Peptiden 2% und Rizinusöl, das L37. Sowas empfehle ich auch immer wieder bei Leuten, die zum Beispiel keine Hormone verwenden möchten in ihren Wimpern- oder Augenbrauen-Serien. Weil auf Peptidbasis ist es super. Und das hier ist eigentlich auch ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil hier hast du einfach mal 15 Milliliter drin. Da kommst du Ewigkeiten mit aus. Und sowas ist tatsächlich eher so zur Stärkung der Haarfaser gedacht, dass du keinen Haarbruch hast. Und wenn du was halt jetzt mit Hormonen verwenden würdest, dann ist es dafür da, dass quasi die Wimpern oder die Augenbrauen in ihrer Wurzel festgehalten werden. So wirkt es quasi mit Hormonen. Und wenn es auf Peptid- oder auf Ölbasis ist, dann ist es eher so zur Haarflege gedacht. Zur Stärkung der Haarfaser. So sagt man das hier. Richtig geil, dass sie das mit reingepackt haben. Also das hätte ich aber auch fast schon in einer 6 oder so gesehen. Schauen wir mal weiter, denn jetzt, herzlich willkommen Leute, wir befinden uns schon in der Weihnachtswoche. Und zum 18. Dezember überrascht uns die L72 eine Lippenmaske. Und zwar mit Ceramiden, was ich sehr, sehr gerne verwende. Und Hyaluronsäure. Auch hier sind 15 Milliliter drin. Also das ist natürlich super abgefahren. Solche Produkte sind dann in Full Size mit drin. Und andere dann halt in kleiner. Aber ganz ehrlich, die mussten natürlich auch gucken, wie können die mit dem Platz haushalten und so weiter. Dass halt auch wirklich dann die Transportkosten, die Transportbedingungen so niedrig wie möglich gehalten werden. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Sowas würde ich abends oder nachts halt verwenden. Und ja, das finde ich cool. Die Nummer 19. Hier haben wir die P61 drin enthalten. Das ist ein Purifying Botanical Blend. Ein reinigendes Nachtserum. Oh, mit Pfingstrose und Botanical Blend. Jojobaöl, Teebaum. Reinigt und regeneriert die Haut, während du schläfst. 100% natürliche Inhaltsstoffe. Das ist spannend, ne? Vor allem in der Zeit, wo ich dann ein bisschen unreine Haut habe. Acht Milliliter sind hier drin. Oder halt wirklich für ölige, wie Smishaut. Man muss immer schauen, bei solchen Adventskalendern, dass man halt auch wirklich Produkte mit reinpackt, die so gut wie jeder verwenden kann. Und da wir hier ein Öl haben, was jetzt nicht lichtempfindlich ist, haben die jetzt hier auch einfach nur ein Klarglas genommen. Ach krass, ne? Mittlerweile haben wir acht Serien hier drin. Finde ich jetzt interessant. Okay. Der 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Enthält Serum Nummer 9. Das ist das mit Ferulasäure 3% und Aschitaba. Ein antioxidatives Serum A36 mit 15 Millilitern. Also ja, ein Serum, was antioxidativ wirken soll. Ferulasäure ist ja genauso eigentlich wie auf Acelainsäure und Hyaluronsäure jetzt kein chemisches Peeling, ne? Sondern halt einfach ein Wirkstoff, der das Wort Säure im Namen enthält. Und ja, finde ich interessant. Also das wäre vielleicht so ein Tagserum für mich. Der 21. Dezember. Ich glaube, hier haben wir unseren zweiten Toner. P22, ein Hydrolat aus Pfefferminze. Sehr interessant. 50 Milliliter sind hier drin. Und das soll halt auch wieder die Haut klären. Stelle ich mir sehr spannend vor. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn man halt wirklich so offene Stellen im Gesicht hat, dass es nicht irgendwie brennt oder so, ne? Aber ansonsten, zweiter Toner läuft die Nummer 22. Zwei Tage vor Heiligabend und die zweite und letzte Schnapszahl enthält ein Produkt, was ich hier, glaube ich, auch stehen habe. Ist das genau die gleiche Farbe? Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube schon. Das ist nämlich der Concentré Illuminateur Vitamin C und Aloe Vera, die Glowdrops T31. Und da sind 15 Milliliter drin. Verwende ich super gerne als Primer, weil ich es halt gerne sehr, sehr glowy mag. Das ist halt eine persönliche Präferenz. Es ist, glaube ich, eher als Highlighter gedacht. Aber ich bin halt so eine Wilde. Es kommt halt auch als Tropfen hier so raus. Und dann kann man sich so viele Tropfen, wie man haben möchte, halt auf das Gesicht auftragen, in die Foundation mit einmischen, wie auch immer man das gerne haben möchte. Also für mich wäre es halt als Highlighter ein bisschen zu wenig. Aber als Primer funktioniert das so gut. Guckt euch diesen Glow an. Das ist wunderschön. Das ist ein richtiger schöner Perlglanz. Nicht zu grob und so, ne? Und sehr, 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 sehr nice. Und für mich, wie gesagt, sehr gut als Primer geeignet, weil man halt auch noch diese ganzen schönen Inhaltsstoffe mit da drin hat, die ja auch pflegend sind. Mag ich. Auch das wäre meiner Meinung nach ein schönes Produkt für eine 24 oder für eine 6 gewesen. Egal, wir gucken jetzt mal weiter. Vielleicht geht hier noch die Party richtig hart ab. Der 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. Ja, okay, das ist jetzt ein relativ neues Produkt, ne? Die P31 Tan Complexion Botanical Blend. Das ist ein Selbstbräuner. Und das sollte man morgens verwenden, steht hier tatsächlich drauf. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Und sowas gibt man sich dann entsprechend auf sein Gesicht, ne? In wenigen, wenigen Tropfen. Und das kannst du zum Beispiel in deine Tagescreme sehr schön einmischen. Und dadurch bekommt man dann entsprechend einen schönen Teint über die Zeit halt, ne? Jetzt kommen wir mal zu 24. Ist sehr, sehr schwer. Oh! Da ist meiner hier oben ein bisschen eingedrückt. Und wie groß möchtest du denn bitte sein? Ich muss das mal eben kurz ein bisschen aufschrauben, dass der oben hier sich ein bisschen entspannen kann. Shimmering Dry Oil. Das ist für den Körper gedacht. Mit Vitamin C und fünf verschiedenen Ölen. Das P90 dürfte auch ein relativ neues Produkt sein. Das kann man natürlich auch als Highlighter verwenden. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, weil das halt auch wirklich sehr ölig ist, ne? Hier haben wir 30 Milliliter drin enthalten. Ein wunderschönes Produkt. Aber ich verwende solche Produkte wirklich so selten, dass ich das jetzt nicht unbedingt behalten möchte. Dementsprechend werde ich das auch nicht swatchen. Ich habe schon mal gesehen, dass es einen wunderschönen Glow geben soll und dass es sehr, sehr elegant aussieht. Vor allem, wenn man sich das so hier so im Dekolleté-Bereich aufträgt. Auf die Schlüsselbeine oder so. Oder halt auch wirklich auf die Beine. So ein Strumpfhosen-Effekt. Mega, mega nice. Aber für mich halt jetzt nicht so das Produkt, was ich viel anwende. Schade. Also so viel von den Sachen, die ich habe, waren ja jetzt gar nicht drin enthalten, ne? Ich hätte hier vielleicht auch vermutet, dass die so ein bisschen dekorative Kosmetik reinmachen. Die haben ja zum Beispiel eine Mascara. Die haben auch einen Puder. Das hätten die reinmachen können. Wie gesagt, auch die Gesichtsreinigungsprodukte. Da hätten die gerne mit reingeben können. Da haben die ganz tolle Sachen. Das ist jetzt hier einmal die Auswahl. Ich finde, wir haben super viele Serien. Wenn man immer schon mal scharf drauf war, ganz viele Serien von denen auszuprobieren, wäre das auf jeden Fall mal eine gute Möglichkeit. Ansonsten hat man so ein paar Schritte von der Skincare-Routine. Man muss ein bisschen aufpassen, weil nicht jedes Produkt ist auch wirklich für jeden Hauttypen richtig gut geeignet. Da würde ich mich erst mal ein bisschen reinlesen, bevor ich das einfach wild aufs Gesicht geben würde. Aber ansonsten haben wir hier eigentlich einen guten Einblick in das Sortiment von Typology. Kann man sich definitiv angucken, sofern man halt auch wirklich so ein krasser Skincare-Junkie ist, dass man auch so viele Serien in einem Adventskalender finden möchte. Also für mich persönlich ist es jetzt ein guter Adventskalender, weil ich auch einfach so die Möglichkeit habe, noch mehr von meinem Kooperationspartner eben zu testen. Aber ich weiß nicht, ob das so ein guter Adventskalender ist, den man so blind verschenken würde, ohne dass man halt wirklich weiß, was möchte die Person, der ich den Adventskalender schenke eigentlich. Aber ich glaube, so um den ganzen Flow kennenzulernen, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!